Hallo zusammen, hier ist wieder euer Knochenmark und das ist heute mein dritter Tag im Krankenhaus. Habe heute Morgen meine zweite Chemo hinter mir, also ich bekomme zwei Chemos jeden Tag. Gestern zwei und heute nochmal zwei, also im Grunde meine vierte. Sehr gut verlaufen, mir geht das super dabei. Dann hat um 11 Uhr das ATG angefangen von Kaninchen. Das war innerhalb von drei, vier Stunden war es problemlos und ab dann habe ich gemerkt, Kopfschmerzen, etwas Schwachgefühl, Muskelkrämpfe und das kam davon, dann habe ich das Ganze ein bisschen gestoppt für eine Stunde, habe dann Parasetamol bekommen, habe eine kleine Runde geschlafen, was gegessen und jetzt geht es mir wieder besser. ATG läuft auch wieder, ein bisschen langsamer als davor, aber läuft wieder und mir geht es gut. Parallel dazu werde ich mal überwacht, bekomme ich hier mal Blutdruck gemessen, alle viertel Stunde und hier meine Herzfrequenz hat überwacht, das heißt, wenn irgendwie was sein sollte, dann geht direkt die Meldung raus und dann kommen direkt mal zwei Ärzte, zwei Krankenpfleger rein und würden mich retten im Notfall. Aber ich fühle mich gut, alles ist wunderbar, ich bin positiv und der dritte Tag ist auch bald rum und dann kommt morgen der vierte Tag und ja, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Video, alles Gute, bis dann, euer Knochenmark.